Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch die Trophäe Konstellationsgewinn, indem ihr neuen Zombies auf einmal tötet mit einem umgeladenen Schuss des Orion. Einen wirklichen Trick gibt es bei der Trophäe nicht. Das einzigste was noch hilft, ist im Prinzip wenn ihr das Glück habt und Instant Kill droppt. Damit geht es einfacher. Es ist wirklich Glück, also ich habe da die Beine dran gehockt, bis ich das Ganze überhaupt geschafft habe. Am besten ist es wirklich an der Brücke oder sowas zu stehen und dann zu gucken, dass sie in einer Reihe gegliedert sind und dann drauf zu schießen. Wichtig ist der Schuss darf nicht aufgeladen sein, das heißt ihr dürft wirklich nur einen einzelnen Schuss abfeuern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 An der Stelle war es das Ganze auch schon. Ich hoffe es hat euch soweit gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da oder schreibt mir in die Kommentare. Wir hören uns beim nächsten Mal und dann wünsche ich euch viel Glück dabei beim Nachmachen. Bis die Tage! Untertitelung des ZDF für funk, 2017